Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und möchte vor allem den guten Menschen vom Allee-Center danken, dass sie mir das erlaubt haben. Ich freue mich immer wieder, Menschen zu sehen, vor allem Kinder, weil die immer eine große Freude bereiten. Und ich mag alle Menschen, alle Kinder. Heute bin ich hier, um euch zu beschenken, vor allem die Kinder. Manch einer der Eltern habe ich ja auch schon geschenkt in vergangenen Jahren, als sie so klein waren wie ihr heute. Heute ist ein besonderer Tag. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja, der Nikolaustag. Und guck mal, ich heiße Nikolaus. Also ist das heute mein Namenstag. Ich habe zwei besondere Erkennungsmerkmale. Wer kennt die denn? Welche Erkennungsmerkmale? Ja, der Bischofsstab. Der wird auch allgemein als Hirtenstab genannt. Was hat denn ein Hirte mit einem Stab? Was macht der? Schafehüte. Er beschützt seine Tiere. Und genauso wie ein Hirte seine Tiere beschützt, beschütze ich alle Menschen. Und dann habe ich auch noch meinen Bischofshut. Der nennt man Mithra. Und der zeigt nach oben. Weil ich aus dem Himmel komme. Genauso wie meine Helferinnen, meine Engel. Aber ihr seid alle wegen einem bestimmten Grund hier, nicht wahr? Ihr wollt Geschenke haben von mir. Aber bevor es so weit ist, weiß ich, dass alle Kinder am Nikolaustag oft etwas einspuliert haben. Vielleicht ein Lied oder ein Gedicht oder einen kleinen Tanz. Hat denn jemand von euch etwas vorbereitet, was er aufsagen möchte? Oder singen oder tanzen? Vielleicht sogar mit Hilfe der Eltern. Die können nämlich auch noch singen, tanzen und aufsagen. Wer traut sich denn? Ich nicht. Möchtest du was machen? Was möchtest du denn machen? Ich bin mein Kindertag aufgeräumt. Und ein Kindertag. Was habe ich nicht verstanden? Was möchtest du? Komm ruhig rüber. So. Möchtest du was tanzen? Ja. Dann mach doch mal. Tanz doch mal. Ja, ein Applaus für die kleine Tänzerin. Das hast du hervorragend gemacht. Guck mal. Als kleines Dankeschön bekommst du vom Nikolaus ein kleines Geschenk. So. Möchte noch jemand etwas vorführen? Ja. Möchtest du? Was möchtest du denn machen? Ich bin fertig. Bitte? Ich bin fertig. Ja, dann mach ich. Mach mal. Ich bin fertig. Möchtest du? Ja. Du dreh dich mal. Ja, wunderbar. Einen Applaus für die zweite Tänzerin. Auch gut. Bekommst du in deinem Einsatz ein Geschenk. Dankeschön. Ist denn noch jemand da? Ich bin fertig. Boah, du. Und du auch. Und du auch. Willst du auch? Ja. Nein, die Mädchen hinter dir. Willst du auch? Ja. Ja, dann komm. Dann machen wir ein Trio hier. Komm und du auch. So. Ihr wollt auch tanzen, ja? Oder der geht. Dann machen wir. Ich lasse dann tanzen. Ja. Wunderbar. Ach, das ist immer herzerwärmend. Ach, das ist so schön, wenn Kinder tanzen. Ihr kriegt alle ein kleines Geschenk von mir. Dankeschön. Größte Applaus für die Tänzer, bitte. So. Wunderbar. Oh, da sind noch welche. Wollt ihr auch was zumachen? Kann man das nicht her? Nein. So. Aber ich sehe schon. Ja, was? Du streckst den Finger in die Höhe. Was möchtest du denn gerne? Tanzen. Auch du. Lass mal die Tänzerin durch. Bitte sehr. Das ist deine Bühne. Das war aber spektakulär. Applaus. Ach, wunderschön. So. Du auch. Ja. Vorsicht hinter dir. Einmal Ruhe, bitte. Ja, wir haben das nicht gehört, aber er hat eine engel Stimme. Applaus für den kleinen Sänger. Auch du sollst geschenkt werden. Und du auch noch. Möchtest du was tanzen oder singen? Na Gott. Aber ich sehe schon, ihr wartet alle auf eure Geschenke. Dann möchte ich euch jetzt nicht länger warten lassen. Und wir fangen mit der Vergabe der Geschenke an. Dazu setze ich mich mal hin und den Kirchenstab. Wer möchte denn anfangen? Wer möchte denn seinen Schuh abholen? Wie heißt du denn? Ich glaube, ich bin ein alter Mann. Hör dich nicht so. Jonna. Hast du einen Schuh abgegeben? Jonna. Und wie alt bist du? Elf. Jetzt gucken meine Assistentinnen, ob wir einen Schuh für Jonna finden. Welche Nummer hattest du denn? Weißt du das? Zeig mal. Hier, die gebe ich mal ab. Guck mal. Ist das denn? Das ist ein Ohr. Schau mal, ein schöner Schuh. Was hast du denn extra dafür gekauft? Oder ist das deiner? Das ist deiner. Dann überreiche ich dir das und wünsche dir einen schönen Nikolaus. Ich danke auch. Mami. So. Wer ist das nächste dran? Keine Schäu. So. Hast du auch einen Zettel? Keinen Zettel. Nein, es sind erstmal die Kinder, die einen Zettel abgegeben haben. Erstmal die Kinder, die einen Zettel abgegeben haben. So. Danke schön. So. 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 2. 1. 2. 1. 2. 4. 1. 1. 5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017